Heute geht es um 5 Fragen aus der Welt des Home-Recording und Mixing und wenn du dich dafür interessierst, bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die großen im Radio. Und da sich in letzter Zeit so die Fragen, die ihr mir gestellt habt, immer mehr und mehr gehäuft haben, sodass ich quasi gar nicht mehr hinterher gekommen bin, eine Frage der Woche zu beantworten. Da habe ich mir gedacht, komm, mach doch einfach mal 5 Fragen der Woche zum Thema Home-Recording und Mixing und dann können wir doch vielleicht direkt mal am Schlag einiges weghandeln. Und das machen wir heute mal. Falls du das interessant findest und falls du sagst, hey, das mach doch mal häufiger, das finde ich ganz gut, dann zeig es mir über den Daumen nach oben oder schreib mir einfach unten in die Kommentare rein, dass du mehr Fragen davon haben möchtest, denn damit können wir natürlich ein deutlich breiteres Feld schneller abfrühstücken. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht ganz so intensiv, wenn ich hier nur in die Kamera reinquatsche. Deswegen schreib mir mal deine Meinung zu den 5 Fragen heute hier unten in die Kommentare und natürlich auch zu deiner Erfahrung zu den Fragen, die ich hier habe. Aber kommen wir mal zur Frage Nummer 1. Die kommt heute von Rick Nummer 1, kommt von Rick und schreibt der gute Moin Jonas. Wie genau würdest du das machen, bitte? Erstens, zwei Gitarren auf den Klick nacheinander einspielen oder zweitens, eine einspielen, Tape wieder abspielen, dann beim Hören die erste Spur, die zweite einspielen, dann beim Hören der ersten Spur die zweite einspielen oder ist es egal, wie man das macht, was sagst du? Danke und Gruß Rick. Gruß zurück, Rick. Wie würde ich das machen? Wenn ich Gitarren doppel, da gibt es zwei verschiedene Sachen auf jeden Fall, die ich erzielen möchte. Entweder ich möchte, dass die Gitarren sehr tight aufeinander sind, das heißt, dass sie sehr, sehr gleich gespielt sind und so, dann spiele ich mich erstmal so richtig ein und das mache ich meistens zu einem Schlagzeug, nicht zu einem Klick, weil zu einem Klick ist es immer ein bisschen sehr synthetisch einzuspielen. Das heißt, ich spiele lieber zu einem Schlagzeug ein und suche mir anstelle eines Klicks, wenn ich noch gar nichts aufgenommen habe, lieber einen Drumbeat und darauf spiele ich dann die Gitarre ein. Und wenn ich mich so eingespielt habe, dann mache ich eine Aufnahme und möglichst danach direkt ein, zwei, drei weitere Aufnahmen, weil wenn ich dann eingespielt bin, dann wird der Take, der nächste Take und der nächste Take wird ziemlich gleich zu dem werden, den ich dann vorher eingespielt habe. Das heißt, ich bin dann wirklich mit den Gitarren sehr tight zusammen, das ist zum Beispiel bei Funkgitarren sehr cool. Wenn ich aber breite Rockgitarren haben möchte, dann ist es meiner Erfahrung nach besser, wenn man sich ein bisschen Zeit zwischen den beiden Spuren lässt und vielleicht da auch ein kleines bisschen variiert. Ich will sagen, wenn ich eine breite Rockgitarre aufnehme, dann nehme ich erstmal eine Spur auf, wechsle dann im Idealfall die Gitarre, wechsle dann im Idealfall den Verstärker oder zumindest das Verstärkermodell, lasse mir vielleicht auch einfach mal fünf oder zehn Minuten Zeit, damit ich das so ein bisschen aus meinem Hirn rausspülen kann, was ich gerade schon aufgenommen habe und nehme dann die zweite Gitarre auf, dann für die andere Seite. Vorteil ist nämlich, wenn die nicht ganz so tight sind, dann hast du gerade bei Rockgitarren ein ziemlich breites, fettes Bild. Und wenn du dir mal alte Beatles-Aufnahmen anhörst, wo die gedoppelt haben, die sind auch meistens nicht sehr, sehr tight und sehr genau aufeinander. Das bezieht sich bei den Beatles zwar mehr auf Vocals als auf Gitarren, aber im Prinzip ist das übertragbar. Das heißt, wenn du möglichst breite Vocals oder Gitarren haben möchtest, dann doppel lieber mit ein bisschen Zeit dazwischen, lass dir ein bisschen Zeit, damit du das so ein kleines bisschen vergessen hast, was du vorher aufgenommen hast und dann kriegst du auf jeden Fall breitere Gitarren oder Vocals, als wenn du die jetzt wirklich ganz tight aufeinander spielst und die quasi schon so gut eingespielt sind, ich weiß nicht, wie gut du Gitarre spielst, dass das quasi schon eher so ein Phasing ist, als dass du wirklich so einen breiten Doppelungseffekt hast. Aber so würde ich Gitarren aufnehmen, entweder direkt hintereinander, dann habe ich ein sehr tightes Bild oder ein bisschen mehr Zeit dazwischen lassen und Gitarre und Amp wechseln und dann habe ich ein etwas breiteres Bild und dann knallt es auf jeden Fall. Kommen wir zur zweiten Frage, die kommt von Vinyl S. Schreibt, sollte man im Sendbus beim Reverb generell einen EQ einfügen oder ist das von irgendwelchen Dingen abhängig? Ich glaube, du spielst an auf den Abbey Road Trick, den ich gezeigt habe, kann ich dir hier mal einblenden, falls du das verpasst haben solltest. In der Abbey Road, in den Abbey Road Studios oder in den Studios in der Abbey Road, so hießen sie ja früher, da ist es gang und gäbe seit vielen, vielen Jahren, dass man hinter den Hall einen Equalizer schaltet und mit dem Equalizer die Höhen und die Bässe abschneidet, damit der Hall in den Höhen nicht so ganz präsent ist und in Bässen nicht den ganzen Mix vollmulmt. Das hat sehr praktische Gründe, aber natürlich auch geschmackliche Gründe. Deswegen, wenn du hier fragst, wie man da generell vorgeht, was hast du geschrieben, ist das von irgendwelchen Dingen abhängig? Ja, das ist von irgendwelchen Dingen abhängig und zwar hier, von deinem Geschmack und von deinem Gehör. Wenn es dir nämlich gefällt mit den Höhen im Hall, dann lass es doch drauf. Und wenn es dir nicht gefällt, dann mach einfach oben so einen kleinen High Cut und dann schneidest du so ein bisschen die Höhen ab. Wenn du vor allem einen dichten Mix hast, dann ist es oft besser, wenn man die Höhen nicht ganz so präsent macht. Wenn du eher einen luftigeren Mix hast, sagen wir mal, du hast nur ganz wenige Instrumente, vielleicht nur eine Gitarre und nur einen Gesang, dann darf der Hall natürlich auch Platz haben und dann darf der natürlich auch toll und hell klingen und so weiter. Aber je dichter der Mix ist, umso besser ist es wahrscheinlich, den Hall ein bisschen in seinem breiten Frequenzspektrum zu beschneiden, damit du deinen Mix nicht komplett mit Hall überfrachtest, sondern den wirklich nur da gezielt hast, frequenztechnisch, wo er auch hingehört. Also, hauptsächlich abhängig ist es davon, wie es dir gefällt und was deine Ohren sagen, ob es wirklich passt oder ob es dir eher den Mix zumüllt. Das wäre meine Antwort hier auf diese Frage. Ich bin gespannt, was vielleicht ihr dazu schreibt, ob ihr das vielleicht anders seht. Kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Lukas Ehren. Lukas schreibt, Hi Jonas, ich wollte mal wissen, welche DRW du am meisten benutzt und was der Unterschied zwischen Logic Pro X und Studio One ist. Das war eine gute Frage. Ich bin ja eigentlich Logic jünger, wie ihr wisst. Das heißt, ich bin seit vielen Jahren unterwegs, habe eigentlich auch auf Logic gelernt, wenn man das so sagen möchte. In der Band, in der ich früher gespielt habe, haben wir viel mit, ganz, ganz früher, mit Atari gearbeitet. Da hieß ja Logic, das hieß noch Notator, dann den Schritt auf Logic. Dann haben wir auf PC-Basis gearbeitet, bis eMagic dann irgendwann gekauft wurde von Apple. Und als ich mir dann irgendwann beim Musikmachen gedacht habe, hey, bau dir doch mal einen eigenen Apple. Da konnte ich dann auch mein Logic wieder benutzen und habe das dann auch gemacht. Und ich bin in Logic ziemlich eingefuchst. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was ich haben will. Ich weiß nicht alle Kniffs. Es gibt ja tausende von Schaltern und Möglichkeiten und so weiter. Aber ich weiß ziemlich genau, was ich wie, wo kriegen muss. Das ist bei Studio One noch nicht ganz so. Aber das Tolle an Studio One ist, dass sich ganz, ganz viele Funktionen analog übertragen ließen. Und ich habe Studio One damals neben Logic dazugenommen, weil ich gedacht habe, hier im Kanal ist es doch toll, wenn ich auch mal über ein Thema für die Windows-Jünger sprechen kann. Denn Logic ist definitiv nur auf Apples vertreten. Es läuft halt nur auf Apples. Und die kann sich halt nicht jeder leisten oder nicht jeder macht sich die Mühe, seinen Mac selber zu bauen, weil das auch wirklich mit ein bisschen Aufwand und auch Stress verbunden ist. Weil der Mac vielleicht nicht immer so ganz so sauber läuft. Meiner läuft ganz sauber, aber das hat auch viel damit zu tun, dass ich den seit Jahren dann wirklich schon benutze. Aber wie gesagt, viele Leute draußen haben keinen Mac. Deswegen habe ich Studio One dazugenommen. Einfach erstmal nur aus Interesse und habe dann festgestellt, dass Studio One sich fast genauso gut oder eigentlich genauso gut bedienen lässt wie Logic selbst. Und dass es vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht ein bisschen anders ist. Dass es vielleicht mit dem Splitter zum Beispiel ein super Tool im Plug-in-Bereich gibt, mit dem man viel Parallelbearbeitung zum Beispiel machen kann, die man in Logic vielleicht mühsam über Busse realisieren muss und so weiter. Auf der anderen Seite ist Logic dann in der MIDI-Bearbeitung vielleicht zumindest für mich komfortabler, weil es da viele Funktionen gibt. Aber auch da, Studio One holt auf und auf und auf. Und mit jedem Update gucken die Kollegen von PreSonus mal bei den anderen DAWs nochmal vorbei und nehmen hier und da noch das Beste zusammen, um ihre DAW dann am Ende des Tages zur Besten zu machen. Am Ende des Tages, Geschmackssache. Ich mache es tatsächlich abwechselnd, damit ich für den Blog immer mal wieder Studio One oder Logic benutzen kann. Das heißt, das eine Projekt mache ich in Logic, das andere mache ich in Studio One. Wenn es aber ernst wird, dann würde ich im Zweifel eher zu Logic tendieren, weil ich mich da einfach doch noch deutlich besser auskenne. Hoffe, das konnte die Frage beantworten. Bin aber gespannt, wie du zum Beispiel das siehst. Benutzt du zwei DAWs oder benutzt du nur eine DAW? Und wenn ja, welche? Und vor allem warum? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Anregung für andere Leute, einfach mal über den Tellerrand hinaus zu schauen und mal eine andere DAW zu benutzen. Gucken wir zur nächsten Frage. Die kommt von Wutschen und Wedeln hier. Kommt von Tom John Wolf. Er schreibt, ist es egal, ob ich eine Spur zu, sagen wir, 50% auf einen Hullbus rute, dessen Hull-Effekt auf 100% wet eingestellt ist, oder ob ich die Spur zu 100% auf den Hullbus rute und dann dort direkt im Effekt-Plugin auf nur 50% wet einstelle. Das ist ein bisschen diffizil. Wenn du nur 50% auf den Hullbus schickst und da das Hull-Signal komplett wet ist, dann geht halt nur die Hälfte von deinem Signal auf diesen Bus und wird damit Hull versorgt. Wenn du aber 100% rüber schickst und drüben auf dem Bus nur deinen Wet-Schalter auf 50% stellst, dann kommt ja dein trockenes Signal auch zu 50% von diesem Hullbus. Das heißt, von dem Hullbus kommt nicht nur 50% Hull, sondern auch 50% trockenes Signal. Mit dem Ergebnis, dass dein Hauptsignal wahrscheinlich lauter wird, weil du eben nicht nur Hull von dem Bus kriegst, sondern eben auch trockenes Signal. Das heißt, ich würde empfehlen, den Wet-Schalter bei dem Hull-Plugin auf dem Hullbus immer auf 100% zu lassen, weil nur dann regelst du einfach nur den Hullanteil dazu. Wenn du den auf 50% stehen hast und du würdest den Hullanteil am Bus über den Fader ein bisschen hoch regeln wollen, würdest du gleichzeitig auch zum Beispiel deinen Gesang lauter machen. Deswegen ist es empfehlenswert, auf jeden Fall den Wet-Dry-Schalter im Bus auf 100% zu stellen. Wenn du das Plugin allerdings direkt im Kanal benutzt, dann kannst du natürlich mit dem Wet-Dry-Schalter spielen und gucken, wie viel Hull du tatsächlich dazu mischt. Aber es ist nicht empfehlenswert, tatsächlich den Bus über den Wet-Dry-Schalter noch ein bisschen Trockensignal dazu zu geben, wenn du ihn auf dem Bus benutzt. Ich hoffe, das konnte deine Frage beantworten. Das ist tatsächlich so eine prinzipielle Sache. Es gibt viele Sachen, die man nicht richtig oder verkehrt machen kann, weil es einfach oft um Geschmack geht. Aber hier ist es tatsächlich so, dass wenn du da den Wet-Dry-Schalter, Wet-Dry-Schalter, aber nicht schlecht, wenn du den auf 50% stellst im Bus, dass du dann einfach tatsächlich deine Lautstärkeverhältnisse verschiebst. Und das ist unpraktisch. Dann wunderst du dich hinterher, warum der Gesang so laut geworden ist. Und es liegt nur daran, dass du diesen Regler nicht ganz auf 100% geregelt hast. So, dann noch die Frage von Mike. Mike schreibt, lieber Jonas, danke. Danke bezieht sich auf eine Frage, die ich mir vorher schon gestellt hatte. Ein Tipp für mich als erfahrener Producer, das bin ich, an einen, der es noch nicht so lange macht. Lieber Gruß, Mike. Also, ich soll dir einen Tipp geben. Folgendes, als erfahrener Producer, das Wichtigste ist ja, dass man immer hinhört. Und das Wichtigste ist, dass man dieses, was man hört, auch übersetzt in seine eigene Produktion. Deswegen ist ein wirklich sehr wichtiger Tipp, den ich quasi jedem von euch und vor allem dir an die Hand geben kann. Hör dir eine aktuelle Chartproduktion an. Egal, ob das dein Stil ist oder nicht. Nimm dir eine Produktion von Katy Perry oder Taylor Swift oder von Billie Eilish oder Ellie Goulding. Nimm dir eine von diesen Produktionen und hör mal ganz bewusst drauf, nicht auf die Musik, das ist egal. Hör mal ganz bewusst auf die Produktion. Achte mal drauf, wie viele, viele Kleinigkeiten, die da einbauen. Wie oft ist zum Beispiel auf dem letzten Wort einer Gesangszeile ein Hall drauf? Ganz nur, ein einzelner Hall, der wird nie wieder vorkommen in diesem Song. Wie oft ist da vielleicht ein Delay drauf? Wie oft ist zwischen zwei Gesangszeilen, wo so ein kleines bisschen Luft ist, wo in der Musik nicht viel passiert, eine kleine Hook eingebaut? Vielleicht ein kleiner Snare-Schlag? Vielleicht ein kleiner Shaker? Vielleicht ein kleiner Effekt, der so reinwuscht und der deine Aufmerksamkeit kurz mitnimmt? Wenn du dir mal so eine aktuelle Produktion anhörst oder aber auch eine ältere Produktion, das funktioniert ja bei älteren Produktionen, auch bei Beatles-Produktionen zum Beispiel. Ich bin ja großer Beatles-Fan und wenn du dir dann mal das Revolver-Album nimmst, dann hast du nie Langeweile. Es ist nach jeder Gesangszeile passiert eine Kleinigkeit, dann kommt wieder eine Gesangszeile, dann kommt ein kleines Gitarren-Lick, dann kommt wieder dies, dann kommt wieder das. Das ist also der Megatrick, seine Produktion wirklich aufzupimpen, indem man dafür sorgt, dass wirklich keine Langeweile aufkommt und vor allem, dass nie irgendwie Strecke gemacht wird. Das heißt, man hat ja zum Beispiel eine Strophe, da singst du eine Zeile, dann kommt so zwei Takte lang nichts und dann kommt die nächste Zeile und in diesen zwei Takten, wenn du das dreimal gemacht hast, dass da nichts passiert, dann wird der Song schnell langweilig. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass da so eine kleine Hook ist, das Schlagzeug spielt, so ein kleines Fill auf der Hi-Hat oder der Bass spielt einmal kurz einen Lick im oberen Bereich oder ein Shaker kommt rein, ein Synthesizer wutscht rein oder raus, ein Delay-Effekt kommt nochmal wieder. Hör mal auf diese aktuellen Produktionen und achte mal wirklich drauf, wie viele Kleinigkeiten da drin sind und dann nimm dir die einfach als Beispiel, hör dir daraufhin mal deine Produktionen an und achte mal darauf, wie viele oder vor allem wie wenig Kleinigkeiten dann an diesen einzelnen Stellen sind. Du sollst nicht vom Hauptgesang ablenken und du sollst auch nicht irgendwie von dem gesamten Song ablenken, aber dafür sorgen, dass immer irgendwo eine Kleinigkeit passiert, weil das entspricht den Hörgewohnheiten der Leute heutzutage und ganz ehrlich, das ist nicht nur heutzutage so, das war tatsächlich schon in den 60ern so, dass Songs wirklich sehr kurzweilig sind, weil einfach immer eine Kleinigkeit passiert. Es muss nichts Großes sein, irgendwie nur eine Kleinigkeit. Also mein Tipp, hör dir einfach mal Radio ganz bewusst an, hör dir aktuelle Produktionen an und nimm die ganzen Anregungen, die du dann da hörst für deine Musik und wenn du sowieso im Dance-Bereich unterwegs bist oder im IDM-Bereich oder sonst was irgendwie, da kannst du unfassbar viel lernen von diesen kleinen Mini-Produktionstricks, auch in Beats und so weiter und so fort. Es macht wirklich Spaß, daraufhin sich die Musik anzuhören. Wie gesagt, du musst sie nicht gut finden, aber man kann unfassbar viel lernen. Soviel zu den fünf Fragen der Woche. Ich hoffe, das vom Jahr hat dir gefallen und wenn du magst, dann können wir das ja demnächst monatlich machen und wenn du es nicht magst, dann machen wir einfach demnächst weiter mit der Frage der Woche, immer am Donnerstag hier, nach dem Tipp, den wir hier sowieso produzieren und wir sehen uns die Tage wieder auf jeden Fall zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, macht's gut und Yassu!